BR 2018 BR 2018 Die Superkieskanne. Yippie, yay! Es ist noch nicht angekommen. Ich kann nicht abwarten, bis es da ist. Es sollte schon hier sein. Du wirst sehen, das ist das Tollste Ding überhaupt. Juhu! Es ist da, es ist da. Endlich, es ist angekommen. Wie toll, ich bin so aufgeregt. Was ist denn los? Was los ist? Das ist der Super 3000 Plus. Ein Bewässerungsroboter. Wow, wie toll ist das denn? Er wird mir dabei helfen, meinen Biogarten zu gießen. Der ist aber süß. Wow! Oh! Hm. Was bedeuten diese Zeichnungen? Mal sehen. Es sieht wie eine Anleitung aus. Aber ich verstehe gar nichts. Ich auch nicht. Nala und Lea können uns bestimmt helfen. Kommt, wir besuchen sie. Hier, nimm. Ich bleibe bei Lady. Fass ihn ja nicht an. Ich kenne dich. Okay. 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 das so. Äh! 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 Oh! Äh! Oh! Ah! Ah! Au! Äh! Au! Äh! Ah! Ah! Ich habe Katies Bewässerungsroboter kaputt gemacht. Wenn ich ihn so lasse, sieht er gar nicht so kaputt aus. Was hast du gemacht? Mein Bewässerungsroboter. Conny, warst du das? Ich habe ihn nur ein bisschen angestoßen. Ich habe wirklich nichts gemerkt. Entschuldigung, mir tut es sehr leid. Klappchen. Dann musst du ihn ... Achtung! Der Roboter spielt verrückt. Nimm das. Toll, ich habe den goldenen Schnuller. Ich habe den goldenen Schnuller. Oh, jemand muss das beenden. Meine Fliege. Tut mir leid. Ich halte das nicht mehr aus. Das war ich. Ich habe den Roboter kaputt gemacht. Was? Entschuldigung, Katie. Entschuldigung, Conny. Ich weiß nicht, warum ich gelogen habe. Es tut mir leid. Wirklich. Aber du kannst mir sowas sagen. Ich beiße doch nicht. Ja, du warst sehr mutig. Außerdem bin ich mir sicher, dass es keine Absicht war. Du hast uns alle gerettet. Und das war ein unglaublicher Sprung. Also, bist du nicht böse? Natürlich nicht. Es ist nur ein Bewässerungsroboter. Na gut, der 3000-Super-Plus. Magic Tears! Wie schön! Oh, super! Oh, wie toll! Das ist so klasse. Guckt mal da oben. Yippie! Haha! Hm, wisst ihr was? Er ist nicht kaputt. Ich habe den Roboter Springbrunnen bestellt. Und nicht den Bewässerungsroboter. Ich muss nächstes Mal wo besser auffassen. Hey Mädels! Und ich verspreche, keine Knöpfe mehr anzufassen. Das ist der beste Garten der Welt. Das ist toll! Juhu!